Hallo und herzlich willkommen zurück zu Life is Strange, was auch immer die Mädels da hinten für ein Problem haben. Ich würde sagen, wir finden es heraus. Ja, offensichtlich. Ist alles cool? Oh, ja, Max. Ich habe Dana in die Runde, weil wir cool sind. Ich will schreien. Sie ist dein Freund. Freunde haben keine Sex mit ihrem besten Freundsbein. Nein, wahrscheinlich nicht. Wie hast du herausgefunden? Warum interessiert du mich? Warum hast du mich überhaupt gefragt? Du hast nie gesprochen, einfach mit deiner Kamera. Das ist, warum ich jetzt mit dir spreche. Was ist mein letzter Name? Ach du meine Güte, Schätzchen. Ganz im Ernst. Übertreib. Was weiß ich denn? Mason, Olson, Watson. Keine Ahnung, man. though ich es wusste. Was denn so,端st du bist? Iste an meinen Mann, nicht logisch. Sie gesehen hat dich ganz konkret gew Mintz. Wie exist sollen? Sie anschauen sind sieunter señora. Sie wissen, was du könntest? Sie wissen, wie du bist. Sie wissen, was du advertising? Mhm. Also du glaubst eher Victoria als deiner eigenen Freundin da? Ja, ich weiß auch nicht. Victoria finde ich jetzt nicht so unbedingt eine vertrauenswürdige Quelle, ehrlich gesagt. Gut, wenn es dann so ist, ist es natürlich vollkommen daneben. Mit dem Freund der Freundin etwas anzufangen, geht mir absolut gar nicht. Meiner Meinung nach. Wir müssen Beweise finden. Ja, Zeitung. Brief der Galerie. No, Officer, I'm not snooping. Just admiring Victoria's cutting edge text. Is she going to get a 3D printer for her dorm room? Maybe I will join her Posse. Alter Schwede. Und der Preis, ey. Naja. Ach, weiß ich nicht. Sollte man sich deswegen mit jemandem anfreunden? Ich persönlich würde das nicht tun. Ich würde mich mit jemandem anfreunden, weil ich mich mit ihm verstehe und nicht, weil er Geld hat oder so. Okay. Okay. If I did wear expensive jewelry, I would wear this for sure. Mhm. Yes, Victoria has the best retina screen laptop. Das ist doch. Let me just check to see if she posted my picture. Wunderbar. Okay. I'll give Victoria props for not posting my photo. And for this nice shot. Okay. Victoria, shit. Freunde, 857. Na dann. Okay, wollen wir erstmal lesen? Ah, Taylor. Es tut mir wahnsinnig leid, dir mitzuteilen, dass ich gerade Juliette und Dana verarscht habe. Ich musste Juliette bloß sagen, dass ich einen ekligen Sex von Dana auf Sex-Handy gesehen hatte. Die blöde Kuh hat mir geglaubt. Oh Gott, ey. Die Frau hat doch echt Langeweile, oder? Mal ganz im Ernst. Also rechne ich jeden Moment mit einem Amoklauf im Wohnheim. Ja, hast wahrscheinlich noch Freude dran. Das hat Juliette verdient dafür, dass die Schlampe mir Zack weggenommen hat. Was Dana angeht, wen kümmert's? Hol das Popcorn raus. Na gut. Wir haben den Beweis. Victoria ist echt ein Trauerspiel. Ernsthaft. Da kann die noch so viel Kohle haben oder sonstiges. Ich habe eher Mitleid mit ihr. Als alles andere. Und mehr würde sie von mir auch nicht kriegen. Naja, was soll's. Solche Menschen muss es wohl auch geben. Was hast du denn gedacht? Ja. Ja. Ist gut. Ups. Dann wollen wir mal. Ach, da ist er ja. Ach, den können wir noch nutzen. Okay. Verrückte Experimente. Hausaufgaben. Das unglaubliche Filmarchiv des Rowan. Wie süß. Die besten Serien aller Zeiten. Kann ich hier jetzt drauf gehen? Nee, ne? Kann ich nicht weiter gucken. Gut. Dann verschwinden wir. Können wir mit dir noch quatschen? Victoria ist fies. Okay. Okay. What do you mean? Du kannst doch jetzt nicht einfach sagen, Ach, nichts. Fängt hier ein Thema an und dann kriege ich nicht mal mehr Infos. Naja. Dann gehen wir wieder. Wie ärgerlich. Was? Ah, hoffentlich. Ja, ja, ja. Mehr SMS, desto langsamer. Wo fängt denn das hier immer an? Meine Kamera ist... Ach so. Hoffentlich. Ich warte gerne ewig hier draußen. Liebe den Parkplatz. Ich kann Autos zählen. Ja, wie schön. Je mehr SMS, desto langsamer. Auf dem Weg. Bye. Bye. Gut. Gehen wir mal raus hier. Was für ein Arsch, ey. Weil man entschuldigt sich noch nicht mal. Wenn du entschuldigst, Max. Mir gefällt das auch. Diese Tat wird Konsequenzen haben. Ja. Für ihn auf jeden Fall. Denn so eine Scheibe ist teuer. Selber schuld. Find ich gut. Ähm. Wir haben... Wir haben... Victoria. Etwa, danke. Aber wir sind keine Freunde. Ja, das macht nichts. Auf deine Freundschaft kann ich verzichten. Da hab ich so gar kein Problem mit. Foto machen. Eingreifen. Eingreifen. Foto machen. Eingreifen. Entschuldigung. Entschuldigung. Du solltest nicht auf die Studenten schreien. Oder sie schreien. Hey, hey. Niemand schreien. Niemand schreien. Ich mache meinen Job. Nein, du bist nicht. Du bist Teil des Problems, Missy. Ich werde diese Konversation erinnern. Was hast denn du eigentlich für Probleme? Immer. Ja, sehr schön. Buna. É. Iris Verdeck. Offendaft. Läulu. Nee, auf gar keinen Fall, bei so etwas sollte man auch nicht zusehen und schon gar kein Foto machen, mal ganz im Ernst. Gibt es ja auch so ein paar Bekloppte von, die irgendwie, keine Ahnung, Langeweile haben oder so, ich weiß es nicht. Ja, alles gut, und bei dir? Geht auf jeden Fall mal gar nicht. So. Hier haben wir eine neue Space-Tek. Ich habe ihn mir jetzt nicht angesehen, konnte man sich den ansehen? Ich weiß nicht, ob ich ihn gesehen habe. Oh Leute, ich habe keinen Plan hier. Also gibt es das Emo Vampire movies in there. Kann ein Sensitive High School Boy love sensitive vampires too? So you're sensitive. Ouch, das ist schon leid, die man sagen. Oh Gott, you need a sensitive woman to kick your ass. If I was lucky. Speaking of hip and fast, we should cruise out in my car to an actual movie this week. But you seem distracted. I need to talk to somebody, just to get it out of my system. Dr. Warren Graham is in the house. I won't even prescribe you any meds. Tell me everything. For reals, Warren, this is between you and me, not social media. Don't insult me. Max, go on. I had this incredibly bizarro experience in Mr. Jefferson's class today. I mean, life-changing. Have you ever had a dream so real, it was like a movie? Max Caulfield, right? Ach, du Scheiße. You're one of the Jefferson's photo groupies? I'm one of his students. What the fuck ever? I know you like to take pictures, especially when you're hiding out in the bathrooms. You best tell me what you told the principal? Now! Ich hab ihm die Wahrheit gesagt, wovon sprichst du? Answer me, bitch! Anything to say, huh? I told him the truth. A student had a gun. No, you told him I had a gun. That's why he dragged me into his office. And did what? Give you a stern lecture? Nobody. Nobody lectures me. Everyone tries, though. They try. You should talk to somebody. Am besten mit irgendeinem Therapeuten. Alter Schwede, was ist das? Geld tut nicht jedem gut, ne? Ich könnte ihm mal nicht sagen, ja. Oh, Mann. The principal with that whore in the bathroom. Max? Chloe? No way. You again. Go, go, I got this. Oh, shit. Get in, Max. Get your punk asses. Pass there now. Don't even try to run. Nobody. Nobody. Man, Nathan Prescott is messed up. And dangerous. This day never ends. Oh, and thanks, Chloe. After five years, you're still Max Caulfield. Don't give me the guilty face. At least pretend you're glad to see me. I am seriously glad to see you. Oh, and thanks, Chloe. It makes perfect sense I'd see you today. Yes, it's been that kind of day. So what did that freak want with you? Hopefully nothing after today. So, how do you know Nathan? He's just another Arcadia asshole. Your friend really took a beatdown for you. Warren? Yeah, I owe him big time. You're not the only one in debt. And you're already causing trouble. I thought it would be quiet here. Feels so weird to be back. So I guess Seattle sucked hard? I guess. It was cool, but I felt kind of lonely out of my league. I would think you'd fit right in with the art school hipsters. Right. You look like the cover of HipsterGirl.com. At least you're still a smartass. That's why I'm here. Just for Mr. Jilly, okay. Of course, it's one of the best photography programs in the country. And my favorite teacher, Mark Jefferson. So you came back to Arcadia for a teacher, not your best friend. Don't you think I'm happy to see you? No. You were happy to wait five years without a call or even a text. No. No. I'm sorry. I know things were tough on you when I left. How do you know? You weren't even here. I didn't order my parents to move specifically to fuck you over, Chloe. You've been at Blackwell for almost a month without letting me know. Enough said. I just wanted to settle in first and not be such a shy, cliche geek. I totally would have contacted you. I bet you don't use these sad excuses on Mr. Jefferson. Don't use them on me, Max. I'm broken. Oh, man. Are you serial? Wow. Haven't heard that one in a while. Not everything changes. Except my camera has officially taken a shit. My step-douche has a boatload of tools. Maybe you can fix it in my place. I need very specific tiny tools. Nerd alert. My stepdad has a fully stocked garage. And he actually is a tiny tool. Welcome home, Max. Come on in. Don't be shy. The house still looks nice. Home shit home. My room looks a bit different than the last time you saw it. It's cool. At least we can chill out. This isn't exactly my chill-out zone. My step-furer makes sure of that. Come in and close the door. Put on some music while I medicate. Ja. Äh, aber ich würde sagen, ich beende hier jetzt erstmal den Part. Was für ein Zimmer. Oh, man. Na ja, gut. Okay. Ähm, und wir schauen dann, wie es im nächsten Part weitergeht. Ich danke euch fürs Zusehen, wenn ihr mögt. Bis zum nächsten Mal. Okay. I'd say sunshine for everyone. But as far as I can remember. We've been migratory animals, living in the world, changing with our love. Someday, we will foresee obstacles, through the blazer, through the blazer, through the blazer. We'll see you. We still daqui. Oh, man. We still don't... Yeah. We still don't... Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018